Martin Albertsen, Sie haben mit Ihrer Mannschaft heute mit 25 zu 25 beim HCL gespielt, einen Punkt geholt. Inwiefern sind Sie denn mit diesem einen Punkt zufrieden? Also wenn ich schaue, als zweite Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Wir haben, ich denke, wir haben am Ende nicht unsere so gute Leistung reingebracht. Und glücklicherweise haben wir nur einen Punkt geholt. Aber es ist gemeint, nach Leipzig zu gehen, mit solchen Kader, also das ist Nationalspielerin ohne Ende hier. Und da bin ich glücklich, dass meine Rumpenmannschaft einen Punkt geholt hat. Ihre Mannschaft hatte vor der Halbzeitpause Ladehemmung, danach hat es recht gut geklappt. Was haben Sie denn der Mannschaft in der Kabine gesagt? Ja, wir stehen ganz, ganz mehr kompakte Übermiete und dann haben wir auch clever in den Angreif gespielt. Und auf jeden Fall haben wir diesen Duell in den Tor und unsere Angriffe haben wir gut gemacht. Und deswegen haben wir auch so viel im Tor gemacht. Jetzt geht es nächste Woche schon weiter. Woran arbeiten Sie denn noch vor dem Spiel gegen Metzingen, damit es da dann mit zwei Punkten klappt? Ja, Metzingen hat auch eine überragende Mannschaft. Wir spielen zu Hause und wir machen alles, was man machen kann. Das wäre ja sehr, sehr, sehr derby sozusagen mit Metzingen. Aber ich hoffe, dass wir einen Schritt vorne gehen können und dass ich bekomme eine oder paar Spielerinnen zurück vom Verletzungspack. Dann habe ich vielleicht etwas, was man sagt, als Chance. Sie haben es gerade schon gesagt, heute standen nur zehn Spielerinnen auf dem Spielberichtsbogen. Inwiefern haben vielleicht auch Spielerinnen vom HC Leipzig die Chance nochmal bei Ihnen an der Tür zu klopfen für nächste Saison? Entschuldigung. Inwiefern schauen Sie sich jetzt auch in Leipzig um nach Spielerinnen für nächste Saison? Ja, ich kenne auch ein paar Spielerinnen von Leipzig und das ganze Deutschland. Und ich schaue immer für gute Spielerinnen. Und Leipzig hat viele gute Spielerinnen.